nein 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 bitte nicht wir schaffen es nicht mehr nein 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 ja halli hallo und willkommen hier zu einem nach langer zeit neuen video entschuldigt das bisschen verstaubte setup hier es war schon eine zeit her wo wir letztens wieder mal hier in chains and world gefahren sind ihr merkt chains and world 3 ist jetzt endlich endlich nach langer zeit am start und heute fahren wir in db r401 also den ic 1 und burg sind nach würzburg das ganze ist eine lehrfahrt am abend also wir rangieren unseren zug an sich finde ich den zug ja wunderschön wir haben die qualität auf ultra weil das ist danach dann sehr sehr schön so also bremschlüssel erstmal freischalten richtungsschalter einstecken vorwärts fahren die systeme alle hoch ja dann wird der zug beeinflusst lzb 1 pzb 1 sie verlasse ich jetzt aus weil das macht keinen unterschied ob ich ständig gut drücke oder nicht wir haben gelb grün wir sollen noch warten gehen kurz mal den zucker weil wir warten ja schon vergessen dass das hier eine einzelne zielfragen ist also ohne einen zucker zu pferde zu pferde zu der ic e ist schon also trains und world 3 ist mir aufgefallen dass sehr viel mühe gegeben wurden besonders auch in diesen monitoren gestimmt zwar nicht immer größtenteils also ich würde schon sagen dass sie sich sehr viel mühe bei diesem zug gegeben haben dann gefällt das ganze auch sehr ich würde mich natürlich noch freuen über verbindungen der dlc ist also beispielsweise jetzt nehmen wir mal an wir fahren und oh ja das wäre ein gutes beispiel wir fahren jetzt in richtung wir würden von kassel nach würzburg fahren und dann haben wir in die lc münchen augsburg dann würde ich einfach nur noch irgendwie welche hauptbahnhof ist dann dazwischen ja nürnberg kopfbahnhof würde ich noch rein machen dann könnten wir nämlich bei dlc verbinden und könnten wir von kassel nach münchen fahren ohne probleme wir bräuchten halten dann der kopfbahnhof denn also das wäre noch so eine idee gut zu beginnen wir einfach mal sagen wir fahren das hoch laufen die systeme immer der halt irgendwie auch weiß nicht was er machen muss aber hier nimmt er gleich den strom und dann gibt es schon tempo hier drauf wir befreien uns ja ich habe verstanden dass ich den zug beeinflusst habe dankeschön 43 kilometer aber noch keine lzb strecke also das ist ja eigentlich güter wir fahren 43 kilometer sollte 16 minuten dauern laut aussage hier aber ob das stimmt wo habt ihr das gerade gesehen was ich gemeint habe hier hat es einfach gerade gefunkt und das ist halt so eine liebe zum detail wie ich sehr feier das falsche licht und jetzt die signale bei beiden seiten rot dieser zug beschleunigt aber auch als wäre was ganz anderes ich mal noch kurz ab röderstand beleuchtung hoffen instrumenten beleuchtung machen wir an ja da haben wir noch ein bug drin hier wenn ich die ausmacht sind wir rot wenn ich sie an mache funktionieren die beleuchtungen erst kann ich dann auch erst so ein helles licht an machen ok aus an also kompletter quatsch weiß nicht warum das da ist aber das ist auf jeden fall ein bug der noch gefixt werden müsste jetzt sind wir in der lzb strecke jetzt können wir eigentlich auch mit afb arbeiten das ist da irgendwo das machen wir so wie es geht und ziehen wir auf und dann haben wir eigentlich schon immer das was wir dürfen drauf jetzt lustig ich bin diese strecke schon mal mit euch im stream gefahren zwar im tgw aber hier jetzt beispielsweise das ändert sich ja nicht den tunneln dürfen wir nur 250 auf der restlichen strecke eigentlich immer 280 und jetzt verstehe ich das nicht dass wir immer in den tunneln so wenig fahren dürfen ja da hat es gerade geblitzt ich wollte gerade dieses blitzen hier sehen ja doch jetzt boah das hat das ist wirklich ein cooles feature und jetzt sehen wir schon 250 wir fahren jetzt anscheinend gleich im tunnel nach dem tunnel waren diese 280 im gleichen signalwechsel irgendwo oder im übergang da müsste ich auf jeden fall bereit sein hier zu drücken glaube ich ja oder halt nicht also bei diesem anblick fertig ist wirklich am schönsten also guckt euch das an wenn man diesen sonnenaufgang einfach fahren da ja ich könnte ja auch mal gerne in die kommentare schreiben was ihr euch noch wünscht ich habe zu einer abstimmung gemacht also wenn ihr in tab community bei mir geht was ihr wollt da war kassel würzburg dabei da war tgb dabei der fährt uns zug entgegen ich wollte euch einfach mal fragen so was wollt ihr sehen schreibt es gerne in die kommentare es kann was ausgefallen ist sein es kann sein re also ein 442 auf dieser kassel würzburg strecke oder irgendwie eine londoner u-bahn in der frankreich strecke also euch sind da keine grenzen gesetzt ich versuche natürlich alles alle wünsche zu erfüllen jetzt hier mit diesen 250 rasen wir schon ordentlich durch diese rangierfahrten könnte ich öfters machen weil die ist wirklich wirklich sehr schön hier und jetzt sind wir auf pzb wachsamtaste ja habe ich gedrückt ich hab so ich hab so ein traumer von diesem pzb wirklich jetzt schon zu langsam an sich eigentlich mit einem witzig kamera das gleich dürfen wir noch mal auf pzb unterstützungssystem finde ich eigentlich ganz toll weil jetzt verstehe ich es umso mehr und irgendwann kann die vermis ausmachen und hoffentlich pzb fahren bleiben auf den 45 falls noch mal 500 herz magnet kommen sollte jetzt müssen wir gleich schon halten und wir halten tatsächlich auf dem nebengleis ich denke mal der zug wird dann irgendwann weiterfahren in richtung kassel hoffentlich auch dann mit uns im nächsten video und hiermit würde ich dann auch das video beenden ich hoffe es hat euch gefallen falls ja lasst gerne ein like da abonniert meinen kanal das ist da unten irgendwo in diese richtung und ja würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video nein 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 bitte nicht wir schaffen es nicht mehr nein 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 drei meter stand doch noch drei meter wir können das ganze noch mal im stream von vorne machen ja tschau tschau lasst ein abo da euer maxim hexbauer ja 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 ja